Michael! Kannst du noch ein bisschen nach vorne gucken? Nochmal, nochmal! Wenn du die wegziehst, machst du es keinen Nadel. Oh, die Nadel! Machst du hier einfach einen Nagel drauf? Machst du es doch nicht? Mach mal den Kopf. Die Brücke! Wenn mich jemand sucht, ich bin auf der Brücke! Alles läuft nach Plan. Ja, danke! Ah, junger Land! Eingeklinkt! Sorry! Hast du das schon mal versucht, deinen Kopf komplett leer zu machen? Ich habe ihn noch nie versucht, voll zu machen. Eins, zwei, drei. Nee. Eins, zwei, drei. Sie hat nur die Kraft, durch das Zeigen von TV-Sendern andere von ihrer... Wow! Sie hat nur die Kraft... Wow! Sie hat nur die Kraft... Das gibt es noch nicht. Sie hat nur die Kraft, durch das Zeigen von TV-Sendern andere von ihrer... Zu überzeugen. Ausländern... Das gibt es doch nicht! Jetzt! Ahhhh! Nicht wie eine Sirene! Nicht wie eine Sirene! Jetzt! Ohhhh! Bin ich ja verarzt! Ahhhh! Jetzt! Ahhhhhhh! Ahhhhhhhhhh! Ahhhhhhhhhhh! Ahhhhhhhhhhh! Es reicht! Oh mein Gott! Sobald ich sie entdeckt hatte, sobald ich sie entdeckt hatte, sobald ich sie entdeckt hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Und hört eurem Imperator zu. Auf die Knie. Ich bin Hubert. Nimm deine Hand. Ich bin Hubert. Ist das gut, wenn man das macht? Ja, könnte man. Wurde die Demokratie abgeschafft, weil der Lord so mächtig ist? Oder aber wurde der Lord abgeschafft? Oder wurde der Lord abgeschafft? Entschuldigung, der Lord abgeschafft. Mist, du bist wieder in den Monitor reingegangen. Und sechs. Nicht so schlapp machen hinten. Und sieben. Und acht. Und neun. Ich liebe meinen Job. Und los. Warte, warte. Erst wenn ich lossehe. Jaaaa! Stell dir vor, er sagt, frei Bier für alle. Jaaaa! Das kommt schon ganz anders. Wollen wir mal länger? Jaaaa! Genau. Ich verfüge hiermit. Warte, warte. Äh. Ach Gott, das gibt's so viele Möglichkeiten. Kannst du mir nicht entscheiden. Ihr werdet alle gefickt. Mann, Schatz, soll ich dir lieber einen Tee kochen? Ne. Und nun, geht hin und vermehrt euch. Ah! Endlich mal wieder Sex, mein Gott. In den letzten paar Jahren das erste Mal wieder. Das ist doch peinlich. Ne, das ist doch nicht peinlich. Endlich mal wieder Sex. Oh, Mensch. Ja, und ruhig mal ein bisschen länger danach. Ach so. Wir machen länger Sex. Jetzt. Was? Und oben lassen. Mal oben lassen, so lange. Alles klar, ja. Und jetzt. Jetzt? Ne, was? Der war doch klasse. Nicht einfach wiederholen, was ich sage. Was ist der Text? Und? Also der Text ist was? Ist klar. Sie zeigen darauf. Halten Sie sich. Halten Sie sich. Halten Sie sich. Halten Sie sich von Ihren Smartphones fern. Wir machen mal richtig. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Was? Was kann das denn nun bedeuten? So was. So eine Scheiße hier. Wie Ruhe. Wuuuuh. 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 So würde ich sagen, Wollen Sie einen Bockringe nicht mit nehmen? Ach doch schon. Ganz gerne. Mmmm. Haben Sie denn noch nichts GI... Glllll000 land portraits? La 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 Halt, stopp, Tobi ist richtig Ja Das ist doch geil, ich nehme mal ein Bild Diese Bezeichnung trifft es eigentlich ganz gut Jedenfalls haben wir alle, achso, Entschuldigung Hab ich erfunden Wir haben alle diese Ah, die Tür muss erst zu gehen Ich hab, nee, war zu schnell Ich habe alle diese, nee, wir haben alle Hab ich erfunden Nicht, tut mir leid, ich muss mich freuen Nochmal So Verdammt, wir haben einen übersehen Ne, warte mal, was ist gleich denn? Wir haben einen übersehen Wie konnte das denn passieren? Verdammt, achso, ja, scheiße, ich hab die Tür zu hören Entschuldigung Soll ich Ihnen eine Warte noch mal Warte noch mal Warte noch mal Dafür sind doch Ihre Assistentinnen da Dafür sind doch Ihre Assistentinnen da Die Eier schwitzen, das gibt es doch gar nicht Okay, los NICHT DU Oh Wollte ich danach Wir haben jetzt alle befallenen Einen Wir haben jetzt alle Befallenen Ey, was soll das? Oh, oh Hase Warte mal Ich guck in die Kamera, ja, mach mal Hase aufwärts Ne, okay, aber gleichzeitig mit dem Schnipsen Hase aufwärts Ne, soweit ich ja Ne, das ist so schön Die Eier